Heute haben wir die Gelegenheit genutzt, auch tagsüber einen Einblick zu bekommen von den Schäden, die hier vorherrschen. In den Medien hat man schon immer wieder mal die Brücke genannt bekommen. Die haben wir auch vor Ort gesehen, also eine Brücke, die völlig zerstört gewesen ist. Und drumherum, viele Autos, die quer standen, die hochkant oder in Häusern sich regelrecht eingebohrt haben. In der Stadt selbst, außerhalb vom Tsunami-Einzugsgebiet, waren die Schäden sehr unterschiedlich. Also es gab Häuser, die völlig zusammengebrochen waren, neben denen aber auch Häuser noch völlig stabil standen, was mit Sicherheit dann auch mit der Architektur zu tun haben könnte. Hier seht ihr die Schlange. Die Schlange sind Autos, die alle anstehen für Benzin. Täglich gibt es fünf Liter Benzin. Großes Problem immer noch. Die Leute kommen mit ihren Autos nicht weiter. Es dauert ungefähr drei Stunden, bis man dran ist und dann hat man auch nicht viel. Es dauert ungefähr drei Stunden, bis man dran ist, bis man dran ist, bis man dran ist, bis man dran ist.